Hallo Freunde, Jaime González hier. Schauen wir mal was ich dabei habe. Das ist die Josef Elios, das neueste Modell der Firma Josef. Und hier können Sie ihn testen am 19. April in Freiburg in Weißgau von 10 bis 18 Uhr in der Bismarck Allee 22, so weit ist es okay, beim Vivace Freiburg. Das Team Josef wird dabei sein, Herr Nakamura, Laura Nakamura und Herr Fukushima, auch Stefan Biegler und meine Wenigkeit. Und wir freuen uns richtig auf Euren Besuch. Na, neugierig geworden? Dann komm nach Freiburg. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020